Wieso bist du noch nicht Millionär? Das ist hier die Frage. Welche Ausreden, welche Entschuldigungen hast du, dass du nicht dein Millionärleben lebst? Dass du nicht deine absolute Freiheit absolvierst? Welche Ausreden, welche Entschuldigungen hast du noch? Denn du musst erkennen, es ist alles da. Und jeder hat dieselbe Chance, das zu erreichen. Wenn jemand das schon mal erreicht hat, zum Beispiel, dass Millionär wird, dann kannst du das auch. Oder meinst du, nur bestimmte Leute sind privilegiert? Denn du musst erkennen jetzt, dir geschieht nach deinem Glauben. Das, was du glaubst, ist für dich Gesetz. Und da wirst du es erleben. Und es ist wichtig zu erkennen, dass du, wenn du deine Programme änderst, kannst du eine andere Realität erleben. Ist dir das bewusst? Du kannst die Realität verändern. Deine Realität. Und indem du in diese Kraft kommst, in diese Liebe kommst, dann kannst du alles erreichen, was du wirklich willst. Du kannst alles erreichen, was du wirklich willst. Denn du bist hier geboren, um deine absolute Freiheit zu leben. Deswegen bist du ja hier. Entscheide dich heute, entscheide dich jetzt, unwiderruflich Millionär zu werden, denn du weißt, was am Ende ist. Und wir zeigen dir, wie du es schaffst, innerhalb von 1 bis 3 Jahren Millionär zu werden. Wir haben ein Programm entwickelt, was dir hilft, deine absolute Freiheit zu werden. Wie du lernst, dich als Experte zu positionieren, wie du lernst, die Nummer 1 in deinem Bereich, in deiner Branche, in deinem Gebiet zu sein. Wie du lernst, wirklich, dich richtig zu positionieren und so kundautomatisch ansiehst. Denn es ist wichtig, nicht für das Geld zu arbeiten, sondern das Geld muss für dich arbeiten. Das heißt, du lernst, wirklich, in wahres Leben zu kommen. Denn solange du für Geld arbeitest, hast du das Leben noch nicht ganz verstanden. Es ist wichtig, dass du verstehst, wie Leben wirklich funktioniert und wie funktioniert es mit dem Geld. Denn solange du nicht verstehst, dann wirst du arbeiten müssen für das Geld. Und spüre in dich hinein, ob du wirklich bereit bist, diese Schritte zu vollziehen, damit du deine absolute Freiheit lebst. Wir zeigen dir in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das genau funktioniert, wie du es schaffst, wirklich von Null auf eine Million zu kommen, innerhalb von ein bis drei Jahren. Wenn du also bereit bist und Schritte vollziehen willst in deine Entwicklung, in deine Evolution, dann melde dich bei uns in ein kostenloses Millionär-Strategie-Gespräch, wo wir dir zeigen, wie das genau funktioniert. Ich bedanke mich und ich werde von dir hören.